Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian. Ich singe eigentlich bei den Prinzen, bin aber auch viel Solo unterwegs gerade. Zum Beispiel mit meiner Lesung, in der ich aus meinem Buch vorlese. Und da bin ich am 25. Januar im Tri-Hotel in Rostock. Leute, ich kann euch sagen, das wird der absolute Hammer. Ich werde viel Musik machen, ich werde, wie gesagt, vorlesen, ich werde viel reden, weil ich dazu neige, viel zu reden. Deswegen höre ich jetzt auf und sage euch, 25. Januar, Tri-Hotel Rostock, 20 Uhr. Bis gleich.